ja man merkt halt, der Desmond hat schon eine gewisse Verbundenheit zu Ed's Air aufgebaut, weil er sieht ihn jetzt auch hier im realen Leben, also in seinem Zeitalter quasi, siehst du, er hat auch gesagt, komm mit. Finde ich voll geil, dass das so eine Verbundenheit ist, es ist ja auch sein Vorfahre, das darf man ja nicht vergessen. Kein Wunder, wenn man so lange mal nehmen muss ist. Ich mag sein, Sir Carlos, das ist echt geil. Er ist im zweiten Teil am Anfang unsympathisch gewesen, aber er ist schon recht witzig, muss man sagen. Sein Sarkasmus ist geil, auf jeden Fall. So, das wird jetzt hier ein kleiner Kletterakt. Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um sechs ins Bett. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeig ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. So, wie gesagt, kleiner Kletterakt hier, zusammen mit der Luce, find ich auch geil. Was war das? Ich kann nichts sehen. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Korrete! Luce! Das find ich nice, dass man so'n bisschen sieht, was hier abgegangen ist, weil wir sind ja mit Ezio durch diesen Durchgang da gegangen, ne? Was? Genau. Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer, aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören, wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Finde ich aber nice, dass man den Weg sieht, einfach den Ezio genommen hat hier drin, ne? Das ist halt gut gemacht. Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit? Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Das finde ich halt schon geil, dass man mit Desmond selbst in der heutigen Zeit dann quasi an den selben Ort geht, wo Ezio tatsächlich mal war. Das ist schon geil und dann sogar noch die Überreste davon da sind. Und hier aus, komm ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Das ist so geil. Die Dialoge sind wirklich gut hier. Muss man echt mal drauf achten. Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Jo, jo. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein. Ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mehr Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Natürlich weiß er, wie das funktioniert. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Steht zu Diensten. Wo ist es toll, gell? Wie heißt denn diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber... Wo ist es langsam weg? Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Finde ich geil. Und los geht's. Bereit. Aber die Lucy hat ein nettes Hinterteil, muss man mal sagen. Aber ansonsten wäre nicht so mein Typ. Wäre nicht mein Typ, wenn es irreal wäre. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das war dank ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Oh ja. Ach ne, Blödsinn. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Ich muss ja hier noch drücken. Ich bin schon ein bisschen voraus mit den Gedanken, weil ich weiß schon, wie das geht hier. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel. Ja, ein Hebel, dann zieh mal. Ja, ich bin halt mit den Gedanken schon ein bisschen voraus, weil ich kenne das hier alle schon. Ich habe das erst vor zwei oder drei Tagen ermacht. Da ist natürlich klar, dass ich das noch ganz genau weiß. Ich bin hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja, leidern. Da vorn ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Jo, jo. So, jetzt müssen wir eine Runde baden gehen. Ne, was machst du denn? So, hier, komm. Jetzt müssen wir leider eine Runde baden gehen in dem dreckigen Wasser hier. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Du hast recht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Genau. So. Du stinkst. Du übertreibst. Ja, ja. So. Wir müssen hier quasi nur durch. Das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Wir müssen hier quasi durch, weil wir müssen hier unten uns irgendwie ja halt verbarrikadieren, ist ja klar. Weil ihr habt ja mitbekommen, dass Abstergo einfach Wahnsinn ist im Überwachen und die haben alles im Auge und die würden uns natürlich an der Oberfläche sofort entdecken. Deswegen müssen wir uns unterirdisch begeben. Und dazu dient das halt. Wir müssen halt nur einen Weg reinfinden, optimal. Und dann nur Lucy. Dafür habe ich dich. Genau. Charmant. Ja, ne? Und dafür haben wir halt Lucy und Edd. Da ist man, die zwei sind halt die einzigen, die klettern können. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Das finde ich so nice einfach, wie man hier so die, die sieht, was hier alles drin passiert ist, weil Edd hat den selben Weg rausgenommen, wenn ihr versteht. Gott, rette mich! Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Genau. Bereit. Ja, ganz schön beweglich, das Mäuschen hier. Und der Blick auf den Arsch kommt dabei auch nicht zu kurz. Ach was, die macht uns hier einen Weg frei. Dann können wir auch rüber. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal? Soldati! Hier ist dein Eingang. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Sieht nicht so aus. Das Leben ist voller Enttäuschung. Hallo? Bin ich falsch gelaufen? Ach, da geht's rein. Hopp und hopp und hopp. Und hopp. Nee, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Genau, so geht das. Ja, und dann sage ich noch extra, ich kann mich an alles voll gut erinnern. Ne, ne, ist klar. Gut, ich hole dann mal die Brücke für dich runter. Äh, die letzte hab ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Hahaha. Hab's. Dankeschön, Desmond. Heyo. So, komm, hier springen wir wieder rüber. Jetzt steh ich mal dran zum Ausgleich. Bitte schön. Danke. Ist dein Anfang. Ja, doch, doch. Ist schon recht ordentlich, was die hier leistet. So. Komm, da können wir gleich so runter. Und hopp. Um Gottes Willen, ich weiß schon wieder nicht, wie es weitergeht. Ach da. Ich muss meinen Monitor ein bisschen heller stellen, Freunde, weil ich sehe das viel schlechter, als ihr das seht. Deswegen, das war auch voll die peinliche Szene bei der Last of Us, wo ich die Demo rekordet habe. Das war voll peinlich, Freunde. Da hab ich gesagt, ja, wo komm ich denn da Dingens hier, wie komm ich da runter? Und richtig vor mir, aber ohne Scheiß, in unmittelbarer Nähe, war der Weg nach unten. Und ich hab ihn nicht gesehen, weil der Monitor viel zu dunkel eingestellt ist. Wirklich extrem dunkel. Ich hab's nicht gesehen. Das ist heftig. Ich muss den bisschen heller stellen, weil wenn ich die Aufnahme dann rendere, dann ist es hell genug. Ihr seht es dann perfekt. Und ihr denkt euch dann, ich bin irgendwie blind oder so, was ich ja auch teilweise tatsächlich bin. Aber so blind nun auch wieder nicht. Joa, find ich auch. Können wir ja direkt nachher mal noch andere Sachen probieren. Dann können wir raussehen, ob wir tatsächlich ein gutes Team sind. Also die hat echt ne enge Jeans an. Und wie schön die Kamera im Moment direkt auf den Arsch drauf geht. Ist voll geil. So, Katzin. Oder auch nicht. Erstmal nur Ladebalken. Diesmal in schwarz anstatt in weiß. So, Abwechslung muss sein. So, jetzt aber Katzin. Wow. Er wird so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond. Okay. Öffnen wir die Tür. Das finde ich auch voll schnieke hier. Dass wir hier wieder zurückkommen. Guck mal. Das ist immer alles noch drin, was wir eingesetzt haben. Damals. Das finde ich richtig supi. Das ist richtig geil. Das ist ein schönes Déjà-vu. Ich liebe Déjà-vu. Einfach nice. Ich liebe sowas. Und sowas kommt eben meistens in Spielserien vor. Und deswegen liebe ich einfach Spielserien zu let's playen. Oder generell zu spielen. Einfach geil. Richtig nice. Ich freue mich ja auch schon, wenn ich endlich wieder an der Stelle bin. Ja. Ich bin froh, wenn ich wieder an der Stelle bin, wo ich aufgehört habe. Weil es ist halt... Ja, ich kenne das ja alles schon. Ich habe es ja erst vor ein paar Tagen gemacht. Hier ist irgendwas. Ja. Da, gell? Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ach, hier. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow. Das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden. Und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Sean, versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was... Was stinkt denn so? Äh, das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucis Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ich find den so geil. Ah ja. Wir schauen. Extrem übertriebener Sarkasmus. Einfach geil. So, wir müssen jetzt in der Stadt Strom, äh, anzapfen. Gut, suche Monteregioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Stimmt, da ist was dran. So, und hier ist das halt. Ja, ja, mach ich doch. So. Da müssen wir das einsetzen. Ich glaub, äh, fünf oder vier von diesen Dingern. Vier. Vier brauchen wir. Ist nicht sonderlich schwierig.